Fortschritt Mist Warum habe ich den hier getroffen, Mann? Jetzt ist er weg So, wo seid ihr jetzt hin? Achso, zum anderen Panzer Ich bin jetzt hoch zum Das ist natürlich ein bisschen riskant, Junge Von dem Dom da oben Irgendwas habt ihr schon geschossen Ja, ich wurde gerade angeschossen Ich auch? Vorsicht, Vorsicht Von wo? Ich glaube von da links Von den allen Lass uns mal schnell wieder zurückgehen Da wo wir hergekommen sind oder was? Ja, au, 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 au Verflugeln Wir sind zurück Halt euch mal in aller Ruhe Bleib erst Von dem Dach Schreck gegenüber Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Von dem Bunker da oben schießen die, Alter Alter, wer macht ernst? Ich bin tot Ach, shit Ich bin tot Ach, shit Achso, das sind ja die, die um den Weihnachtsbaum drum rum rennen Ich bin tot 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 Alter, jetzt leck mich aber Jetzt leck mich aber Von dem Bunker da oben? Meinst du den Buchstand? Ja Da, jetzt werden sie mobil Hast du eine Granate reingebucht? Ja, hab ich Mich hat er auch Ach, scheiße Nein Ich bin runtergefallen Hast du sie sehen? Hab ich gerade gesehen, ey, was ist das da für ne Nummer? Keine Ahnung Alter, du hast ne, du hast ne Festfahrt abgeschlossen damit Irgendwas Ja, aber ich weiß nicht was Alter, leck mich doch am Arsch Oh, da blut auf der Straße gerade Ey, wieso, was ist denn nur mit der scheiß Ausdauer, Mann? Er hat doch nicht mal nen Rucksack Und es schießt schon wieder Bist du? Ja Okay, ich geh andere Seite hoch Wo bist du, leuchtest du mich an? Oh War da einer? Scheiße Und ich hab ihn Nein, mein Scaf kam, Mann, nein! Scheiße Ja, ich hab einen Scaf-Spieler erschossen Scaf-Spieler? Ja, wahrscheinlich Er hat ja gelootet Ich hab nicht mal Pan-Killer mit, Mann Ich hab einen Morphin bei mir in der Tasche, falls der dann Da komm ich nicht mal hin, jetzt Ich humpel hier wie so ein Volltrottel Ich schießt M61, ne? Ich schießt M61, ne? So ein Rassi Mann, leck mich doch am Arsch heute Wollen wir ihn wieder nach oben Luki-Luki machen Oh, da schießt leider Da ist einer, ja Da ist einer Ich seh mich gleich wieder unten liegen Warum den meine Granate nicht zerfetzt hat, Junge? Weil er rausgerannt ist Weil er rausgerannt ist aus dem Häuschen Mann, er hat War vielleicht gerade so happy, dass er die scheiß T-Kanne gefunden hat Mann Hat sie? Was denn? Ja? Es kann sein, dass einer der Dass einer der Scaf-Spieler Stimmt Mackerauf hat Ich bin tot Ihr könnt mich looten Die Scaf sind ja angefixt Es ist aber komischer Nebel irgendwie Jetzt hat er das volle Programm gekriegt Scheiße Auch auf die Außengänge Achten Ich kann halt nicht reinpushen Ich komm hier wie in so eine Schildkröle und beäcker Schleichen bringt auch nichts mit gebrochenem Bein um Nein, der weiß, ob das schafft Was wollte ich da jetzt machen, Alter? Beschuss von allen Seiten Mit gebrochenem Bein Ist so sinnlos Warum bin ich runtergefallen, Alter? So ein Scheiß Nein! Pflanzen, Junge! Und Blutelstopfen Stoppen! Stopfen! Da hat der Spaß Hinter dem Spielen Hinter dem Spielen Der Spielen ist da Ich sehe dich nicht Ja, der Spielen ist da Ich hör dich nicht Flugzeug Achso, ich dachte Ich sagte ja dem Spielen Ich hör dich nicht Flugzeug Ich hör dich nicht Flugzeug Halt Wie konnte er so schnell da sein? Ja Koppelte Stärke Mist, ich dachte, den können wir abhängen Das ist ein Stimmfaller Ah ja, stimmt Du hast recht, Benji Das hat er gemacht Ist da bescheiß Das hab ich bei eurem mickrigen Avatare gar nicht nötig Er ist der Luftbändiger, Benji Glaube Holger hat uns eigentlich noch nie seinen Namen verraten, oder? Holger Weiß mal, Holger Holger Wieso hast du uns eigentlich noch nie deinen Namen verraten, Holger? Bitte? Warum hast du uns eigentlich noch nie deinen Vornamen verraten? Wir müssen immer Samurai sagen Ja, weil ich ja kein Person öffentliches Interesse bin Ja Erst ab 1500 Follower, hab ich dir das schon gesagt Gut, ja Hartzio Hallesbär und dann gibt's noch Bärenfrucht, der ist auch gut Ah ok Heimat, bester Spirituos Du sagst es Und dann gibt's noch so eine, die gibt's aber nur dort direkt vor Ort Hartzio Grün heißt der Ah ok Das ist ein Kräuterlikör Aha Das ist von dem, von dem Nordgebäude, wo wir hin müssen Wo wir hin müssen, ne? Macht Sinn, irgendwie durchs, durchs Gemüse zu gehen und dann hinten rum an dem, an dem Exit lang Ist ein Car-Exit Ich krieche hier, was du willst, wohin? Ein Car-Exit hinten rum und da von hinten das Feld aufzuräumen Ein Car-Exit? Ei 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 Loser Wir nennen ihn Eierloser Hahaha 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 Oh, das genau durch die zwei Ah Alter Kontaktgranate Alter Komm, wir kriechen bis dahin Hahaha Na klar Na, ich krieche jetzt bis davor, oder? Na mach Ja, mach mal Wir warten, wie erfolgreich deine Taktik ist Hahaha Na hier sehen sie mich jedenfalls nicht Wir machen hier schöne Kette, wir machen schöne Kette Ja, komm mit Benji Hahaha Schöne Kette? Alter, wahnsinnig Bildet einen Kreis Damit die dann mit einem Schuss drei weg machen Ich springe über euch hinweg Hahaha Da springt ihr Hahaha Da saufen gleich Licht vor uns Hahaha Hahaha Wo ist denn Juri? Das muss im Weg Wir kriechen an seiner, an seinem toten Kadaver vorbei Hahaha Das ist ja wie bei Call of Duty Rollt die Ah 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 Hey Ah Der hat mich umgelegt Du hast ihn aber auch umgelegt Da hab ich auch nichts davon Da stand der Hinterstand und gleich noch ein PMC Das ist eine dieser Schwitzerwaffen, die ich jetzt habe, indem ich jemanden abgenommen habe, der immer ständig WP spielt, weil er gesehen hat, dass die Schwitzer alle WP spielen Also ich hab glaube ich auch Ich hab noch einen D-Marktisch glaube ich Also den hab ich Damals D-Marktisch? Ja doch, da ist zu D-Marktisch D-Marktisch? Der ist übelst oft mit umgezogen, der war schon in München, der war in drei anderen Wohnungen vorher Und jetzt hat er hier seine Ruhe, seine Ruhestätte gefunden Hier wird er alt Danach noch hier ein Factory Wie nochmal Benji Ja, ich bin völlig kaputt Sorry Aber das können wir noch machen Ja, so mal wieder mal so Als kleine Abwechslung Ah, eins, zwei, drei, Sprachbehindert, Mann Abwechslung zwischendurch Ja Wir sind clever wirklich Mit der Pipeline so als Deckung ist gar nicht verkehrt Ja, das ist geil, ne? Aber irgendwann müssen wir früher und später müssen wir mal stehen Müssen wir bloß gucken, dass wirklich dann schnell einer da oben hier sein MG besetzt Aber pfff, was lässt das Ganze nicht geben, Benji? So lernt man das auch beim Militär, oder? Naja, natürlich, wir müssen hier doch alle Möglichkeiten nutzen, die uns die Natur gibt Die Natur gibt? Das haben wir von der Natur gelernt Schwere Blutung und alles, und die beiden kriechen da durch die Wien Ja, du bist doch selber schuld Also, ja Also, ich hab keine schwere Blutung Du, Benji? Nö Ich bin jetzt hier fix an dem Ding vorbei Ey! Wer war das? Was ist? Benji? Da ist einer neben der Tür Ich bin tot Alter, ich dachte, du bist ein Roach, der da rauskommt Ach, Alter, das kann doch nicht wahr sein Entschuldige Entschuldige Oh, nee Büro Alter, der Ballert ist schön Alter, ich bin tot Alter, da ist ein Spieler Ja Wo kommt der denn her? Ah Oh, ich bin auch tot Wo ist der denn gespürt? Ah Die rituelle Schamhaar-Rasur Die hat Die hat Haben ja auch gerade erfahren auf Factory Ja, die ganze Zeit Ja 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 Ich bin down Achso 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 Ich glaub die hier gehören nicht zusammen Ich glaub die hier gehören nicht zusammen Es gibt's doch gar nicht, ich hab ihn doch schon durch die Tür behämmert Die Natur gibt Das haben wir von der Natur gelernt Schwere Blutung und alles und die beiden Kriegchen da durchgegeben Ja, du bist das aber schuld Also, ja Ich hab keine schwere Blutung, du Benji? Nö Ich renne jetzt hier fix an dem Ding vorbei Eh Ja, wer war das? Was ist? Da ist einer neben der Tür Ich bin tot Alter, ich dachte du bist ein Roach Gut, alles Spaß Ich bin schon über tot Mensch, haut doch Ab Ich bin doch tot Oh ja Hallo Oh ja Eine Mille Spender Kannst mich am Arsch lecken Ich nehm dir deine Knarr weg Die brauch ich Woh, Woh, Woh Hör die Piersuche Au Oh, ist wieder auf Das ist so lecker Nein Oh, Mats hat's hinten eingerafft Das ist so lecker habe ich dir das Wie geht es? Ich bin so lecker Ich bin so lecker Wie geht es jetzt? Ich bin so lecker